und ein herzliches willkommen zurück bei let's play hellgate london in der letzten folge haben wir schön fleißig was getan stärke braucht doch keine sau oder haben wir etwas gemacht wir haben was getan wir haben um gewurstelt wir haben wir sind quest nachgegangen meister der flammen auch zwar nicht aber gesundheitsregeneration ist schon cool wow neue färbung dankeschön wir haben das orakel geholt das war wichtig manchmal höre ich dunkle stimmen die mir richtig schmutzige dinge erzählen unser faseneingriffen sollte wenigstens bisschen was bringen wenn nicht jetzt kommt mehr phasen scheiße einsätze ja vielleicht dass er eher weniger tue ich meine phasen sind sich schon ein aber dass ich wirklich das ziemlich ich meine die der grundangriff von denen ist phasen so weit ist auch einbauen aber ich persönlich mag das nicht so 16 auf das teil ist jetzt glaube ich da eingebaut danke diese neue färbung gefällt mir ich kann da sagen anpassen dann kann ich das als einzelne teile der rüstung anpassen lassen die farbe aber da gibt es glaube ich nicht nur zwei schemata mehr was lassen ich glaube das war cool oder wenn es war brauner lustiges was für das so inventar ist sauber das gefällt mir manchmal höre ich dunkle stimmen die mir richtig schmutzige dinge erzählen ich mag sie immer noch ein paar analysatoren das kann ja nicht schön lustig ist die baggert auch frauen sohn auf andere art und weise das ist noch mehr abbalisten konnte ich noch nie nein sagen aus angst um ehrlich zu sein ja ja du hast es geschafft du bist eines der wenigen echos seiner möglichen vergangenheit man ich meine die zeiten als noch die sonne schien daran erinnerst du mich du inspirierst ich weiß es du gehst da alles positiv sehen was konnte danke danke will ein grund mehr nicht als lüschers armseliger scharge zentren bis bald kein problem der weg zur nächsten wahrheit ist sehr anstrengend sei unbesorgt hier bist du nicht ausgestoßen großartig ich wusste dass du es schaffst zieht wie es scheint hat land mit seinem lob nicht übertrieben aber es scheint ein abgetrennter demonikopf zu sein allerdings ist er noch ziemlich lebendig bist du sicher das ist das orakel nun die wahrheit nimmt wohl alle möglichen formen an was ja so muss es sein dann muss es hier auch wahrheiten geben die es zu finden gilt wir müssen nur herauspressen was wir brauchen vielleicht wäre ein direkter ansatz sinnvoll orakel der dunkelheit höre mich an ich suche die wahrheit und befehle dir sprich rr okay rr mein schatz vermutlich funktioniert das nicht wenn ich dieses übel ding bitte die wahrheit in unserer sprache zu sagen war nein ich hätte wissen müssen dass es nicht so einfach ist eine verdabte serie stand auf der schriftrolle natürlich ist das verdammte ding nicht kooperativ tja das wird wohl eine weile dauern sind komm doch später wieder hoffentlich bin ich bis dahin mit dieser widerlichen kreatur einen schritt drehen ist nicht jemanden zu sagen dass du ihn liebst ja sohn ich kriege aus dieser verfluchten beste einfach nichts heraus ich bin in meinem Latein am Ende 10 aber vielleicht kann es jemand anders helfen ja ich glaube wir brauchen die Meinung eines Spezialisten ich bin Kabbalist ich bin Spezialist wenn es jemanden gibt der Sinn in die verrückte Schreie dieses eines abgetrennten Dämonen Schittels bringen kann dann Lucius Alder bring ihm das Orakel Lucius ist meistens in der Green Park Station aber im Moment hält es sich hier auf hm das ist sicher kein Zufall 10 bitte sehr vorsichtig Lucius ist ausgesprochen instabil ich hätte nicht erwähnt wenn ich nicht alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft habe vergiss nicht dass dieser Mann wahnsinnig ist und man ihm deshalb nicht trauen kann hab Geduld und pass auf dich lebt wohl ok Lucius das ist der gleiche Lucius vor dem Techschmidt14 Angst hat äh der Typ der neben Techschmidt314 lebt oder hier zumindest ist und das ist er ich habe vor dem Spiegel geübt reden und kämpfen und kochen und lieben gib mir den abgetretenen Schädel Cinch er gefällt mir ich habe ihn selbst abgebissen Techschmidt314 schnell wo ist der Hammer mit dem ich dir ihm ins Gesicht klage ich brauche ihn dringend oh je ich befürchte ich habe ihn versehentlich in Brand gesteckt und ihn versehentlich in tausend Teile zerbrochen bevor ich ihn beseitigt habe ha hör mal Cinch ich weiß nicht wie du den Schädel des Obrakels aus dieser einbruchssicheren Pappschachtel gekriegt hast aber in der ich ihn versteckt habe aber er war aus einem Grund vor allem guten Grund da drin der Bastard hat mich hat mich gefoltert in der Hölle eine Trillion Jahre lang und waren es nur vier egal jedenfalls habe ich ihn deshalb aufgeschlitzt und seine Überreste in ganz London verteilt tja und nun brauchst du das Rack wirklich Zitsch so ein Mist beim Zusammensetzen soll ich dir vermutlich auch helfen oder? na gut ich spiele deinen wiederfälligen Assistenten aber wenn es denn sein muss die endlosen Höllenquallen die mir einen Katzensprung entfernt waas? äh außerdem ist es unmöglich unhilflich jemanden zu hassen nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hat korrekt ne ich locker lassen klar behalten ich will ein paar Dinge sagen das Orakel strotzt vor Wissensinch schaurigem Wissen aber es wird sich erst davon trennen wenn wir es zusammen flicken wir sind in der Green Park Station eine Behelfs-OP einrichten aber zuerst der Schmidt 314 mein Rücken juckt komm her und schieb diese Platte wieder in ihrem Platz hehehehe ob du es wohl je merken wirst? wow ich hab Halsweh das tut weh äh die Stimme ist recht furchtbar von dem Typen so zu machen aber das geht schon ich muss nicht viel mit dem reden was es auch ist so schlimm kann es nicht sein um diese Sache kann ich mich wirklich nicht kümmern ich weiß nicht einmal warum ich mich freiwillig dafür gemeldet habe verdammte Orakel Zinsch du musst mir unbedingt helfen ich hab wohl aus lauter überall vor die Hand gehoben als Sean gefragt hat wer freiwillig ein Nest Seelensauger in Level Green Park Approach auslösen will kannst du das für mich erledigen es sind doch nur 4 der Biester dort du bist jetzt nicht ein Champion oder? was sind denn schon 4 Seelensauger für jemanden wie dich Kabbalist? ich habe nicht den geringsten Zweifel mhm und gesucht MiniDynamo Dynamo Dynamo da hat man MiniDynamo vor dem Level Green Park Approach gesehen das war jetzt so keiner wäre schon an Lucius Alden sollen wir äh ein Ohr bringen gut das sollte doch zum Schaffen sein wir haben hier noch einen Punkt den ich gern vergeben möchte und zwar auf diesen netten kleinen Zauber hier dafür werde ich das ganze Scheiß jetzt etwas rum verpflanzen und dicht daher gut das nächste wäre dann das Lock Green Park Approach Green Park Approach Green Park Station das müsste Green Park Approach Green Park Station gut toll tatlos ich kann nicht klagen ich kann nicht klagen alles gut zwei Fokus Artefakte machen größeren Schaden von Bogie Dankeschön weiß ich übrigens auch der Dings kann zwei tragen der äh Beschwörer so wollen wir uns dann einen Zauber mal ausprobieren gleich und zwar ist schaut das so aus ist eine kleine Elektrogrube sieht jetzt auf den ersten Blick viel besonders aus aber es ist tatsächlich einer der Zauber der ich möchte sagen vielleicht die größte Reichweite hat und vor allem er macht den Flächenschein der beständig bleibt das auch sehr gut so sollte man nicht unterschätzen diese Attacke wirklich nicht ich setze sich sehr gerne ein wenn ich Dings in Bedrängnis bin oder wenn Gegner weit weg sind sind sehr gute Gefahrenkämpfer auch gegen Nahkrämpfer weil sie durchlaufen müssen ob das fällt ist aber wenn man richtig macht kann man damit schon sehr viel Schaden drücken so ich brauche eine Karte dann suchen wir mal den Mini-Dynamo ich hasse diese Schweine diese ätherischen diese geöltene das wollte ich nicht ich bin gerade von der W-Taste abgerutscht oh der Link ah ist geil so zack seht ihr der Zauber ist recht gut vertraut mir einfach wenn ich was sage ein geheimer Gang toll das war kein Schatzgang aber wenigstens ein geheimer Gang das geht ja auch irgendwie eine Kiste Müll ein Splitter oder was auch immer das ist ein Feuerschnapper da haben wir gleich mal ein Elektrofeld das ist sehr gut gegen die Schweine einzusetzen übrigens und vor allem Reichweite sehr gut weil der allerdings durch die Ballistik eigentlich nur an Fähigkeiten gebunden ist die Reichweite von dem also den Gamer Fähigkeiten die gut man schießen kann das ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Nerven das ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer Nerven Scheiße Scheiße die Typen haben mich elektrifiziert das bedeutet dass ich keine Dings einsetzen kann Seelen äh Deelen genau ich kann keine Deelen mehr einsetzen er hat sich auch elektrifiziert da kommen wir doch auch den flieger setzt ne Mann lass das es ist das ist das ist das ist Lass das! Ähm, obwohl ich elektrifiziert bin, kann ich wenigstens auch Dingsen setzen. Mein Elektroball. Soll ich nicht direkt elektrifiziert werde. Ausgeerdet. Der hält sich, der haltet sich eisern. Wollen wir so machen, den keinen Schaden. Hallo? Hey! Toll. Der hängt irgendwo in der Textur fest. Ach du Scheißdreck, du. Danke. Und weiter. Vor allem die Sau elektrifiziert ist immer neu. Dann muss ich halt einfach auf die halbe Tour gehen. Stirb. Jetzt gib Ruhe. Toll. Da fühlt man sich schon wieder leicht verarscht. Kennst du das? Naja. Vermutlich. Aber gut, wie noch so. Lasst uns weiter gehen. Wir haben keine Zeit, um uns mit solchen Kleinigkeiten abzugeben. Oder? Oder? Richtig. Weiter geht es. Und da ich ja immer noch aufnehme für meine Triest-Woche, kann ich sogar diese ganze Quest ohne Probleme, zumindest bis zur Green Park Station, ohne große Probleme kommen. Ist auch ein guter Zauber zum Weglaufen. Seht ihr? Reichweite annähernd unbegrenzt. Hat sogar eine bessere Reichweite, mit diesen Stauschützer gewerfen. So. Mal los. Cool. Cool. Es ist nur so, dass das durch diese... diese Art von Gebäude hasse. Äh... Dungeon. Weil... ich das einfach hasse. Da kriegt man tausendmal doch die gleichen Gänge, wisst ihr? Auf der Suche nach allem und jedem und... finden tut man gar nichts. Seckt noch Feldherr. Nein! Oh! Oh! Und tschüss! Und weiter! Wir haben keine Zeit! Ah, das Mini-Dynamo! 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 Ich hab schon mal geblächt, Ich glaube, du willst, die da jetzt böse werden! Danke! Gut! Das lief doch recht gut! Lief das gut! Oder nicht? Oh! Klaas! die ätherischen Mistwurzeln schaden die Schweine eine Aura des Schmerzes aber wenn ich mich annähernd teile danke schön das lief doch ganz gut ich bin in der Green Park Station das ist noch viel besser die Green Park Station die vergebene Hoffnung ich weiß nicht warum eventuell erklärt er sonst der wichtig ist die Green Park Station ist eine Station das bedeutet ich komme zur Charing Cross Station zurück und kann meine Aufträge abgeben was ich recht angenehm finde hey sich in einen Zombie zu verwandeln ist doch sicher praktisch dem Himmel sei Dank für so eine Schwachsinn werde ich mich sicher nicht nochmal freiwillig jedenfalls nach den nächsten beiden Missionen das bringt mir alles nichts das kann ich einfach jetzt geben wir ihm das Ohr ab geben wir manchmal spüre ich denn das hast du gut gemacht später ein so danke er hat so diese halbe Minute geben wir uns nämlich jetzt noch dann ach Quatsch warum auch nicht das sage ich bis zur nächsten Folge von Let's Play Hellgate London Tschüss und hab noch einen schönen Tag wenn ich gerade mit Lucius Alden unterwegs hätte Egal Tschüss